Giovannis Trading Chancen am Dienstag, 18. Juni. Beim DAX ist momentan die Luft raus. Einen kleinen DAX-Ausblick habe ich natürlich für euch. Ebenfalls bei den Devisen, die treten ebenfalls auf der Stelle. Man wartet hier auf die FED und die EZB. Ja, und ansonsten habe ich natürlich die ein oder andere Aktie für euch auf der Watch. Schaut euch das vollständige Video an. Wie immer einfach dafür für Giovannis Trading Chancen registrieren. Bis zum nächsten Mal.